PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja, die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja, nutzt NRG Kappa für Rabatt, Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Straight Outer unserer Bude mit dem legendären, einmal bitte, ähm, 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 genau, Trommelwirbel für, wer hätte es gedacht, B-O-S-S-I-O, ist heute mit am Start von einem Sätzchen, macht keine Show, wir haben viele Packs heute zu öffnen. Im letzten Pack-Opening habe ich euch ja schon gefragt, was soll ich machen, Premium-Spieler-Set, 100 Stück, moin Digga, ich habe übrigens vergessen, das Team-of-the-Season-Set zu öffnen, das werden wir heute auf jeden Fall öffnen, ich schwöre auf alles, aber erstmal, grüß dich, ja, ich hoffe, ihr könnt ihn mal wieder gut hören, so mehr oder, äh, weniger. Hallo, ähm, ja, wir haben, äh, 100 Premium-Spieler-Premium-Spieler-Premier-League-Sets, wir haben aber auch noch, guck mal, ganz ehrlich, hier zum Start, beiden 100 K-O-S-Set, let's go. Und wir haben heute als, äh, Bestrafung, haben wir diese Sour-Punch-Sachen hier am Start, genau, und, äh, der Verlierer muss davon auf jeden Fall ein paar essen, die sollen mega sauer sein, ey, oh-ho-ho-la-la, ich starte hier mit Jerome Boateng, äh, 88er Rating wird geschlagen. Wow, ja, ich weiß auch wieso, erstmal die Trikots ändern, und dann, ähm, machen wir, ihr werdet das Best auf hiervon sehen, lasst einen Daumen nach oben da, Instagram von Bossio ist verlinkt, und Insigne 87, mein Instagram ist aber auch verlinkt, wenn ihr uns hier über folgen wollt, auf der USA-Reise, 100 K-S-Set von dir, let's go. Nö, deinen Dreck nehme ich nicht in die Hand. Ich? Nö. I don't know what you heard about me. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh millions. Da seht ihr jetzt das Best auf aus 100 Premium-LaLigas, äh, Premium-League-Sets. Let's go, push die Abfahrt. Ja, let's go. Erstes von diesen Sets, let's go, mal sehen. Immerhin Aubameyang könnten wir ziehen, oder, ähm, alle anderen Guten, auch aus der Premier League, also man könnte auch normalen Aguero de Bruyne, Hazard, Pogba ziehen oder Mares. Jetzt gibt es erstmal Deutschlandsocken. Pack. Let's go. Komm. Ja, ja. Bei Yi. 84. Na ja. Freunde, was meint ihr? Sollen wir zum La Liga Team of the Season auch nochmal 100 von diesen Sets machen und sie vielleicht auch noch pünktlich öffnen? Ja, nicht öffnen. Lasst ein Däufchen nach oben da. Woo. Vielleicht ziehen wir dann auch mal einen blauen. Messi oder Ronaldo. Welcher Mensch hat sich ausgedacht, 100 hier zu öffnen? Das ist ja, fühlt ja schon wie harte Arbeit an. Geil. Bei Yi, das kann. Woo. Ah je. Hoffentlich ist es nicht cool. Dann müssen wir den Depp nicht reinschneiden. Salah. 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 Das ist ja der Beste. 85. Scheiße, das ist auch noch das Depp-Pack. Das war das Einzige, was es auch gab, wo es sauer drauf stand. Eeeh. Eeeh. Wie die Wurst. Na, 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 na. Not the worst. I'm not ready for the worst. Papa. Oh, Marciol aber. Zeig mal die Wurst. Ich bin echt gut. Wir haben Wurst ge... Hier ist alles mega teuer, die Lebensmittel. Kein Wunder, dass die Amis alle so fett sind. Eeeh. 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 Mach mal ein Küchen-Set oder sowas. Kühlschrank-Set? Aus der Küche oder sowas. Kühlschrank-Set. Geh rein, ja, Digga. Bye, have a great time. Ich hätte jetzt fast das Ding zusammengezählt. Vollschutz. Jetzt drück X. Ach, hast du schon. Und das Peck immerhin... In vom, in vom, Digga. Ich schwöre. Hahaha. Ballerien gezogen. Wow. Hast du gefrürzt, Alter? Du, 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 du. Pogba! Äh, la Kassette, Digga. Du ziehst hier den guten Stuff. Featuring Gatorade. Get your fitness now. Eeeh. 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 Ausnahmsweise mal. Make some noise. Eeeh. Wäre, wenn hätte. Adiletten-Pack. Guck mal. Seht ihr, wie zerstört die sind? Erst dann ist die wahre Liebe zu den Adiletten da. Und zu den Packs. Ja. Wuhu. So, nachdem die ersten Packs so gut waren, muss jetzt mal mein Bro, MC Benji in the house ran. Was geht ab, Freunde? Und jetzt gibt's hier auch mal ein bisschen Packlack auf diesem Kanal. Damit der Hase läuft und da ist direkt der Schlitz. Zurück, meine Frau. Mann, naja, ist ja umfassbar, oder? Und die rechnen du je. What's happening, YouTube? It's your boy. Tim. Boah. Ist das hier überhaupt legit gerade? Auf geht's. Der Propeller muss sich drehen, während du das Packs öffnest. Schnell. Er dreht sich noch. Pushti, and then just touch me, till I can get another inform irgendwann mal matter. Wuhu, I doubt it. So, ähm. Vision set. Packlack. Oh mein Gott. Und da kommt das Pack. Da kommt das Pack. Was ist das drin? Was ist das drin? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Die haben 85. Die Küchenpack sind aber stabil. Die sind stabil, oh wie ein Stift. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. I like that. I like that. Sku, sku, sku. Jetzt, Digger. Nicht alles für die Legend Doritos. Link ist in der Beschreibung. Amazon Ref Link. Check it out right now. Die günstigsten Doritos. Spart ihr nochmal. Für die besten Doritos der Stadt. Oh, da führt er. Da führt er. Was geht ab, Walter? Faust in den, mate. Oh, 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 oh. Hör mal, ich hätte jetzt richtig Lust, in die Wurst reinzuweisen. 89. 90. I like that. Du kannst es schon noch toppen. Ob du es wirst. Das ist die andere Frage. Aber vielleicht können wir uns mal die letzten Packs nochmal ein bisschen. Oh. Oh, 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 oh. Das stimmt. Digger, du hast mich gerade. Ich dachte gerade, du hast mich gerade so gesilenced. Fast. Fast. Oder wir machen so, der Gewinner darf dann das Team of the Season set ziehen. Und wenn der Team of the Season besser als, sagen wir mal, 92 ist, muss man die Wurst essen. Und unter 92 ist das saure. Ich brauche die Couch für mich einfach nur eigentlich. Oh. Uh. Ah. I wanna know, oh, 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 oh. If you'll be my girl. One, two, three, four, hey. Hey, this guy. Was grüppelt. Komm. Zeig, Schleiß. Warum mache ich für dich die Russen-Hocke? Die Russen-Hocke ist immer gut. Die Russen-Hocke. Ha, ha, ha. Höchstie. Ha, ha. Dankeschön. Ich dachte, ich hätte jetzt Aguero. Wie läuft Aguero eigentlich? 91, glaube ich. Uh, das wäre lecker. Leckerli. Leckerli. Äh, da, oder Mandy. Oder Mandy, hm? Machst du jetzt einen Kruid-Loop-Spec? Ja. Die sind so räudig, die Dinger. Bäh. Voll geil. Digga, du probier die. Ja? Digga, mit Milch waren die todesräudig. So, Digga, du darfst. So. Gehört natürlich zu Amerika, Jungs. Fruit Loops. Fruit Loops, ihr den. Fruit Loops-Pack. 3, 2, 1, go. Wow, Bang-It. Boah, die sind echt lecker. Ja? Schmecken voll künstlich, Alter. Ja. Ja. Sind sie auch. Wie viel Gramm Zucker? 80 auf 100. Ja, die letzten beiden Packs. Also, Boss, entweder habe ich nochmal die Chance, mich zu toppen, oder du hast die Chance, nachzulegen. Als letztes Special-Pack lasse ich... Ich lasse das Saure entscheiden. Wurschtig. Letztes Pack für mich. Toppe ich nochmal die 89 oder nicht? Oh, Mandy. Okay. Scheiß Pack, Digga. Jetzt ist deine Chance. 100 Stück waren da. Der Beste bisher 89. Ist schon wack, muss man sagen. Aber Boss hat sich gut geschlagen. No look. Okay, ich sage auch gar nichts. Oh mein Gott. Ja, also es passt auf jeden Fall zu deinem Pack, würde ich mal sagen. Also, was hast du nochmal für ein Pack gemacht? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Damit kommen wir zur Entscheidung. Freunde, wird es entweder die saure Süßigkeit, die Bossio... ...richtig einen großen Bissen von so einem ganzen Ding nehmen muss. Ja, ihr seht schon, hier ist so eine... Da muss er auf jeden Fall einmal Fett so reinbeißen, ne? Ja, einmal so reinbeißen, oder? Ja. Und, äh... Oder einmal einen fetten Bissen von diesem ganzen Burstklopper hier nehmen. Ich freue mich, das ist kein normaler... Ja. Wir haben die uns zum Frühstück geholt und die schmeckt einfach nur scheiße. Okay, also über 92, bitte. Das heißt, kein Otamendi. Genau, wie das ist. Puh, komm schon, Jungs. Bitte, 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 bitte. Push dich, Team of the Season Spieler. Let's go. Ich öffne das Pack in 5, 4, 3, 2, 1. Schwelles. Das ist der einzige, der mir jetzt hier helfen kann. Puh, komm schon, Digga. Komm schon, Digga. Komm schon, Digga. Ja. Puh, komm schon, Digga. Let's go! 95 aus Silber! I like that! I like... Warte, 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 warte... Es tut mir so leid, Digga. Es tut mir absolut gar nicht leid, jawoll. Jabilis Peck. Wir sehen uns jetzt bei der... Bestrafung, meine Freunde. Luca Luca Luca. Also ihr seht schon, wir haben die Wurst selbst nicht aufgegessen. Wir haben die in den Mülleimer geschmissen, weil die so eklig war auf dem Brot. Also nimm die ganze Wurst jetzt einmal so in die Hand, ne? Und einmal schön... Rein damit. Alles. Einmal so komplett und... Na, du musst ja ein bisschen kauen und dann halt... Digger, bist du bereit? Jungs, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare... Ehrenbruder nochmal für Bossio. Und dann geht's jetzt los. Oh... Warte, kurze Nahaufnahme, schöne Wurst, Digga. Oh, Moforge. Let's go, Digga. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bist du bereit? Mich zu verlieren? Haha. Uah. 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 Alter. Ist das... Warte, 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 Jungs. Uah. 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 Ehrenbruder Bossio. In die Kommentare, Jungs. Ehrenhaft. 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 Ehrenhaft, Jungs. Das war's mit diesem Video für heute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn's euch gefallen hat. Folgt Bossio auf Instagram. Ist in der Beschreibung. Ich hätte keinen Bock jetzt die Wurst zu essen. Und damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Was sollen die Leute machen? Folgt mir auf Insta und beste Zahnbürste. Boah. Das fast macht man, wenn man seine Zahnbisse vergessen hat in Deutschland.